hallo willkommen zurück zu einer weiteren folge unkraut jäten ja das beschreibt euch schon ganz gut wir haben ein unkrautproblem ein riesiges fettes ich bin dennoch kurios ob es nicht doch hier irgendwo im bauch befindet sich ein wandlungsofen ob es hier nicht doch vielleicht ein lagerfeuer gibt aber scheinbar nein ok ja wie man sieht bin ich durch gut durchgekommen mit vollem leben und so weiter geht's ah ja die nebelwand ganz ehrlich woher kommen die ganzen leute her oh man das wird schwierig moment kann ich ich glaube ich kann ja ach die leichte armbrust ist am leichtesten ach so boah was war das gerade moment der bogen macht ja am meisten schaden 82 plus 11 sind 93 das ist 80 ich bleibe lieber bei der armbrust warum weil die armbrust einfach besser ist ich bleibe lieber bei der armbrust wow Hm. Yay. 28 Schaden. Ach, Moment. Ich kann doch jetzt hier mit dem Schwert weitermachen. Der hat mir Schaden gemacht damit? Okay. Sollte ich mir merken. So. Der Arm muss herlocken. Oh. Was ist das für ein Moonwalk? Wow. So. So. Sag mal. Also geht doch. So. Hey. Das muss ich noch üben. So. So. Komm her. Hat die Ambros eigentlich schon geschifft? Super Fähigkeiten oder so? Moment. Lass mich mal schauen. Oh. Oh. Toll. Oh. Toll. Oh. Toll. 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 Na gut. Da ist noch einer. Ja. Wow. gut ich trinke mal ein dann stecke ich die armbust wieder weg nein ja ja mal gucken ob ich das vorher überhaupt jetzt brauchen werde im moment ich glaube es wäre praktisch wenn ich vielleicht brandbomben nehmen würde dann komm her du großer die lol und wo hin jetzt was 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 Oh Oh Okay Das spiel hat überraschungen manche sind lustig manche sind überraschend Ja da kann stehen Oh mein Gott Okay Ey du bleib unten jawoll Hä was ii ii Was ist das denn ii pfui ii 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 Hä wie muss ich das Ding bekämpfen Gut die Bomben sind alle Ah ja Oh nein 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 Okay Okay Äh tja Muss ich vielleicht mit Feuer ran? Nein Iiii iiii Warteschweiz oder was? Warteschweiz oder was? Autsch Wo bin ich überhaupt hier unten gelandet? Alther Ja Hüi 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 Naja Ist das ein Baum ne? Ich versuch mein Pyromantie hat er sehr viel gebracht? ich habe es nicht gesehen ich bin fast tot ich bin nicht kurz vorangekommen nein, das bringt überhaupt nichts ok äh, ja vielleicht habe ich einen Feuerball, keine Ahnung ach nö, bleib bitte sitzen toll noch einen Feuerball gefälligst wow verdammt ok Feuer? Nein ja, äh, ich wechsel noch schnell dann den Zauber und wir sehen uns dann dort, ja ok, ja oder doch, Feuerball vielleicht äh, ach komm, probieren wir mal den Feuerball ja, ok äh, bis gleich ja, und da sind wir wieder ich bin wieder da es ist hoch, hier ist es so neflig ist hier schon immer so neflig? keine Ahnung äh, ja der Boden ist unter uns eingebrochen hä? ok ich glaube, wie ich die dann wieder abfrühstücke, das muss ich nicht mitzeigen ok äh bis gleich gleich ja, da bin ich wieder zwölf Minuten das wird wieder mal so ne lange Folge ok ja so verderbtes Holz uh nein 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 ich treue wieder hihihihihihihihihihihihihihihihihihi aha die minions sind aufgetaucht ach das meine seelen ja 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 schreiheit es macht noch eine rolle stimmt ja wie sieht das nun eigentlich mit dem feuerball aus bringt er mir was mal gucken wenn ich dann nicht wow 90 aber hey immerhin ich mach was 72 naja besser als nix toll ich bin in der ecke ich bin in der ecke rückzug 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 so sehr gut eintrinken ach komm schon die dinger fallen die dinger fallen aber hey es scheint was zu bringen jetzt macht er wieder seine popo walze ja toll das habe ich mir schon gedacht das waren die zwei letzten kräftigen schlücke bin schon wieder irgendwo in der ecke bin ich oder das ist so als würde ich gegen einen pflanzen baby kämpfen auf dem bauch ok das muss ich noch lernen ja nein ja ok auch nö jetzt steht er wieder auf kann ich noch nein gut das waren die feuerbälle ja ich habe mich immer fast Ich wusste es, ich wusste es. Boah, das ist knapp, das war heilige Knapp. Ja ich bin so gut wie tot. Schade. Ah. Boah, das hat der Arm für eine Reichweite. Es macht die Dinger kaputt. Ich würde mich noch veräppeln. Ja, toll. Ey, was war das gerade am Ende? Ist mein Ernst, was war das gerade hier am Ende? Okay. Ah. Boah. Ich hoffe, wir einstimmen. Nee. Ah, komm, ich nehme das. Ja. Kling Klöckchen, klingelingeling, ne? Gut. Ja, tut mir leid. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.